Weil den haben wir nämlich noch mit angehittet. Ein paar Mal. Checkout Lantern. Der hat mir irgendeine Mission gegeben. Sammle 10 Kürbisse. Da fliegt das scheiß Ding. Das ist aber eine Daily Mission. Die interessiert mich wirklich nicht. Da war eine Werkbank drin, denke ich. Ich gucke nochmal nach, weil dann können wir mal schnell hier, also gut wie es geht, einfach mal alles mitnehmen. Ja, da waren Werkbänke. Dann schauen wir mal, dass wir alles mit looten können. Da fliegt das scheiß Ding. Ja gut, unsere 45er ist halt jetzt komplett weg. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Schauen wir mal, dass wir da vorne stelle etwas aus einem Super Mutanten Lager. Ja, das soll auch nicht so das Thema sein. Das Problem sein. Dann nehme ich halt wirklich mal alles wieder mit. Und denen. Weil dann kann ich da vorne eh gleich wieder klein machen. Wo ist das Super Mutanten Lager, wo ich draus klauen soll? Keine Ahnung. Die Richtung sind Sachen. Die müsste ich mir angucken. Würde ich auch gerade fast mal vorschlagen, dass ich erstmal da hinlaufe. Beziehungsweise gehe ich jetzt nochmal kurz in das Lager da. Mach mal schnell alles klein, dann laufe ich da rüber, den Weg hoch. Also nicht zu dem Riss. Weil darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich glaube, wir haben die Brandpässe ein bisschen verpackt. Obwohl ich Treffer hatte, habe ich kaum Schaden gemacht. Ich glaube, das war alles der Wachbot, weil wir uns davon geschlichen haben, davon gerannt sind oder so. Keine Ahnung. Ich bin zwar nicht der Stärkste, aber ein bisschen Schaden mache ich an den Dingern schon. Ich hoffe, dich jetzt einfach mal. Gut, dann haben wir jetzt halt erstmal nur noch die hier zur Verfügung. Wir laufen hier hoch. Da sind eigentlich noch zwei Sachen. Wollen wir uns angucken. Drei Sachen sogar sehe ich gerade. Das sind sogar noch drei Sachen. Und irgendein Event wieder. Ach, das eine ist das Event. Nee, das interessiert uns eigentlich immer relativ wenig. Das Event gerade. Müssten eigentlich gleich da sein. Die betrete ein Event-Gebiet. Super Mutanten-Horde. Geht doch. Plasma-Granate. Kryo-Granate, okay. Den Ausguck nehme ich doch mal mit. Finde ich schön, dass du hier so öfters mal so einen Ausguck hast. Wo der dir dann einfach mal Orte anzeigt. Das ist auch ziemlich viel. Oder eigentlich alles sogar im Halloween-Stil gemacht. Umgerüstete Munitionsfabrik. Pistenhütte. Rissstandort. Okay, den Rissstandort. Da sind wir ja gerade auch vorbeigeflitzt. Ah, okay. Hier zeigt es mir gerade echt viel an. Vault 84. Oh, fünf neue Orte. Von hier aus. Das ist eigentlich schon einiges. Hier ist der Vault 94. Hier ist Red Rocket Megastop. Hier ist Sunny, Pistenhütte. und hier hinten die umgerüstete Munitionsfabrik. Sammle Kürbis neben dem Riss. Du kannst mich mal. Das machen wir nicht nochmal. Was ist das? Stehle etwas aus dem Supermutantenlager. Okay. Weißt du was? Ich laufe hierher. Schaue hier ein bisschen rum. Das würde ich fast machen. Event abgeschlossen. Äh. Ja, ich habe zwar gar nichts an dem Event gerade gemacht, aber okay. Wenn wir es abgeschlossen haben, okay, ja. Es müsste ja auch schon irgendwo da vorne sein. Ja, ich sehe schon die Skihütte. Mal schnell was essen, trinken, sehe ich gerade. Ich müsste essen, trinken mehr zum heilen mitnutzen. Ich müsste essen, trinken, das Bleirohr nehme ich mit, das Blei. ist ja gerade die Treppe runtergefallen oder was? Der explodiert gleich. Sag ich doch. Radio aus. Toiletten. Hey, ich habe den doch. Hey, ich habe den doch. Klebeband. Ja, gut. Ja, gut. Nehm ich mit? auch wenn es nicht wirklich schaden macht gut dann haben wir das ich wollte eigentlich hier rauf laufen in die richtung in richtung dem wald da mal rauf also eigentlich wirklich kerzengerade ob es hier noch was gibt weil das was ich hier jetzt sehe ist dann schon das umspannwerk hier laufen wir einfach mal in die richtung weil da ja dann auch eh in die richtung die werkbank ist wer bist denn du? fick dich nicht schon wieder nicht schon wieder ich habe keine lust auf brandbäschen vor allem diesmal war da gar kein riss ne lass mich in ruhe vor allem das sind noch zwei ne 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 mag nicht schon wieder so doch nicht alle paar minuten eine brandbestie will ich will ich nicht keine lust ne ne eigentlich hierher und hier ist jetzt eigentlich ist hier ob das blei geben sogar die ne 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 ich mach mir einfach mal eine rein was? wo? was? was? ist noch der da oben eigentlich kann ich hier alles mitnehmen weil Werkstatt ja gut ja gut wie gesagt alles mitnehmen weil Werkstatt da rennt noch irgendwo einer der ist über mir mach mal auf ganz entspannt effektionszelle sturmgewehr ja 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 Hm, wo ist er hin? Herzinfarkt. Du hast mich gerade ein bisschen erschreckt. Er hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Ruhige Musik. Hier sind wir im G-Geschützturm. Okay. Ah, hier wäre die Werkstatt selbst. Zum Snacken. Was ich jetzt aber nicht unbedingt vorhabe. Ah, guck mal, da ist was zum Kleinmachen. Zack. Sind halt auch noch wieder dezent zu schwer. So. jetzt müssen wir es wieder haben darüber rein will eigentlich nur looten wenn man die das ding nicht holen weil ich habe so ein bisschen schlechte erfahrung mit werkstätten immer wenn ich mir eine werkstatt hol ist entweder selber neu start oder mein guter startet sich neu oder mein internet ist einfach mal weg oder sowas das hat mir schon ein paar mal gut ich weiß dass es jetzt nicht mehr ist sein wird aber trotzdem jetzt keine lust auf eine werkstatt du bist keine hier wenn dann hätte ich da schon einen blick die ich mir wüsste ich schon eine die ich mir holen würde das wäre waren wir schon drin ganz andere ganz ganz andere was ist das ach munitions okay munitionsfabrik ist eigentlich dann schon nice guck mal okay wenn zu hier direkt es wäre halt schon nice aber du musst es halt gegen mega viel verteidigen würde ich mal behaupten ja okay das ist wie dort unten die fusionskernfabrik würde ich mal sagen die produziert halt hier nur dann munition dafür knack ich doch eher das schloss auf zack offen erstmal radios zack floyd's notiz fusionskern okay fusionskern ist nice ja dann ach das im außen laufen auch mal rauf weil da waren auch zwei gucken wir uns hier mal um hier war der eine der andere war irgendwo in der vorne eigentlich kann man auch rein ja sie über so viele radios rumstehen so da ist zu das übersehen und die auch die wäre blöd gewesen wenn wir die übersehen hätten ist der runter gefallen nein so warte mal wir haben jetzt hier auf der karte doch gerade eben noch andere dinge gesehen wie sind ich jetzt ich bin jetzt hier ich würde gerne mal hier den berg hoch laufen ah guck doch hier guck die richtung ist was ah das ist das hier können wir trotzdem hinlaufen laufen wir hier hin dann borde ich mich vielleicht einfach mal zu dem skiresort rauf zu dem großen und laufe von da aus mal hier her sonst ist hier nichts anderes mehr und schon wieder ein riss da rechts von uns da rechts von uns hier sind viele risse da rechts oh oh okay okay das hier schon wieder ein riss ist okay dann wie gesagt würde ich mal sagen äh tun wir uns mal hier her zum da in porten und laufen einfach mal in die richtung weg mal gucken mal was wir da noch so ein bisschen finden oder ob wir was finden wäre ja ganz cool wenn wir noch was finden würde mich freuen okay hier stehen jetzt direkt davor da wollen wir aber nicht hin wir wollen wenn ich mich nicht täusche die richtung da müsste doch irgendwo ein straßenabzweig dann gehen ne die richtung ja ja doch die richtung passt schon ich wollte einfach mal da in den wald rein laufen also wie es ausschaut gibt es da nicht bis jetzt nicht wirklich was die richtung oder ja in die richtung will ich auf der karte ist halt auch nur weit markiert weit markiert nichts anderes das muss ja bei vorlaut nichts heißen im Norden wollen wir eigentlich nicht richtung Norden will ich hm es geht halt noch relativ weit darauf oder irgendwann kommt der Alpha Wand kann halt auch sein hier wird geschossen hier wird geschossen ja guck mal da ist doch was guck mal da ist doch was nicht das ist dass ich die Das war's für heute.